Es gibt so viele verschiedene Genre im Metal-Bereich. Sowohl mein Chat auf Twitch als auch ich wollten mal wissen, welche verschiedenen Genre wir wie finden und haben dabei ein Ranking von diesem Genre erstellt. Wie mein persönliches Endresultat ist, seht ihr jetzt im Video. Damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Auf jeden Fall würde ich sagen, dann geht es einfach mal los mit Symphonic Black Metal. Boah, wo würde ich das eigentlich hin tun? Symphonic Black Metal höre ich eigentlich, ich würde sagen höre ich ab und zu. Also so ab und zu höre ich halt so Bands wie zum Beispiel Dimo Borgia. Aber ich bin halt eher so der Fan von Symphonic Deathcore, muss ich sagen. Also Symphonic Black Metal kann halt auch echt geil sein, aber ich höre tatsächlich nicht so viele Black Metal Bands, die halt Symphonic spielen. Und deswegen würde ich sagen, bei, höre ich ab und zu. Bei Symphonic Metal, boah, da bin ich eigentlich tatsächlich eher raus, muss ich sagen. Bei Symphonic Metal, das ist halt oft so sehr mit viel Operngesang kombiniert. Natürlich nicht immer, aber irgendwie, ich mag es nicht, also nein, ich jetzt nicht, dass ich es nicht mag. Ich würde sagen, ich finde es okay, weil es gibt halt bestimmte Bands. Ich meine, Nightwish kann man sich ja ab und zu ja auch mal anhören, so irgendwie so ein, zwei Songs. Aber dann reicht es auch tatsächlich bei mir. Ähm, aber sonst, ja, es ist okay. Es ist okay, aber auf jeden Fall Symphonic Black Metal viel, viel besser. Spielst du auch von jedem Subgenre einen Song? Boah, das wird zu lange dauern. Das würde viel zu lange dauern. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal ein Video oder so zu den verschiedenen Genres. Und, ähm, dann würde ich da halt vielleicht ein paar Bands oder so vorstellen. Aber, ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, tatsächlich. Nightwish geht halt besoffen, sonst aber nie. Ich finde, die haben ein paar gute Songs. Ich finde, Nightwish haben schon so ein paar gute Songs von der, ähm, boah, heißt das an Once? Ich glaube, ja, ne? Ähm, ich glaube von 2004. Da haben die ja diesen, äh, Wish I Had an Angel. Den Song finde ich zum Beispiel, das ist ein richtiger Banger. Das, finde ich, ist ein richtiger Banger. Finde ich eigentlich ganz nice. Ähm, aber sonst höre ich das halt wirklich sehr, 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 sehr wenig. So, genauso wie Progressive Fresh. Also, Fresh Metal ist geil. Also, kann ich auf jeden Fall hier einfach schon mal nehmen. Und höre ich sehr gerne. Also, das war, weil das Witzige ist bei mir einfach, ich bin da, also, ich bin mit Hardrock groß geworden. Ne, also, durch meinen Vater habe ich halt so Bands wie KISS und so kennengelernt. Und dann ging es halt immer stufenweise in die härtere Schiene. Ähm, ich habe tatsächlich, also, meine erste richtige Heavy-Metal-Band oder Metal-Band war halt Iron Maiden. Und fand ich halt echt mega geil. Und dann habe ich von meinem Vater halt direkt noch eine CD von Metallica ausgeliehen bekommen. Beziehungsweise, ja, geschenkt. Ähm, die steht halt mittlerweile bei mir im Schrank, nicht mehr bei ihm. Ähm, und ab da fing es halt wirklich an. Also, es gibt so viele gute Fresh Metal-Bands, die ich halt gerne höre. Also, äh, sei es Metallica. Jetzt eben habe ich Megadev noch mal in der Anlage gehabt. Und, ähm, ich finde es mega. Auch, auch wirklich so die ganzen Shows finde ich halt irgendwie so sehr intens. Ich, äh, kann ja mal ganz kurz so ein bisschen erzählen. Als ich in, äh, in Aachen im Musikbunker war, haben Exodus bei uns gespielt. Dann, da passen halt maximal 300 Leute rein. War's sold out. Und es war wirklich, es waren 500 Grad da drin. Es war mega heiß. Ähm, ich stand halt in der ersten Reihe und die Bühne war halt so auf Kniehöhe. Und ich wurde halt die ganze Zeit nach vorne gepusht. Und dann bin ich halt die ganze Zeit so immer nach vorne gekippt. Und nach der Show, ich konnte tatsächlich erstmal nicht wirklich laufen. Weil die halt einfach so irgendwie gekrampft haben und so. Ich, ich sah aus, als hätte ich mir einfach so wirklich in die Hose gemacht. Ähm, so richtig mit so einem breitbeinigen Gang. Also, das war wirklich schon mega intens. Aber, naja, ich, ich mag die Mucke auf jeden Fall sehr. Also, ich höre die wirklich sehr, sehr gerne. Die Fans teilweise ein bisschen anstrengend. Boah, ich glaube, das hast du in jedem Genre. Ich glaube, das hat halt wirklich nichts so mit dem Subgenre zu tun. Ähm, du hast ja überall irgendwie so. Kauten, Nervensägen oder sonst was. Ähm, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall ganz, äh, ganz geil trotzdem, das Genre. Nee, 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 das war, nee, nicht, Tim. Äh, in welchem Jahr war das? Das war letztes Jahr, müsste das gewesen sein. Oder dieses, nee, dieses Jahr, glaube ich. Ich glaube, das war noch dieses Jahr. Da habe ich die auf jeden Fall gesehen. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. So, ähm. Ja, aber halt wirklich, naja, so Fresh Metal höre ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Aber Proc Fresh. Ich kenne auch tatsächlich gar nicht so viele Bands. Ähm. Ich würde einfach sagen, höre ich nicht. Ich würde einfach sagen, dass ich das nicht höre. Und, ähm, es gibt das halt dann einfach. Ach, geil, ihr, da haben, da habe ich euch gar nicht gesehen, Mike. Da habe ich euch tatsächlich gar nicht gesehen. Ähm. Ja, nächstes Mal, ne? Nächste Show dann. So. Oh, Def Fresh. Boah. Eigentlich auch ganz geil, weil sowohl Death Metal als auch Fresh Metal sind halt wirklich ganz nice Genre. Aber, ähm, höre ich halt auch nur ab und zu. Also, wenn ich halt dann wirklich so in diese Schiene Fresh Metal gehe, ähm, dann höre ich halt eher wirklich so diesen Oldschool Stuff. Halt wirklich so Metallica, Slayer, äh, Anthrax und so weiter. Aber auch gerne so diese neueren, äh, Bands wie zum Beispiel, ähm, Havok. Havok finde ich auch mega, mega gut. Oder die erste Platte von Lost Society. Lost Society kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Sehr, 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 sehr geile Band. Und, ähm, ja, also ich höre das halt wirklich ab und zu. Bin eher wirklich, wie gesagt, so dieser Oldschool, Oldschool Fresh Metal Fan. Aber Technical Death Metal kommt auf jeden Fall nach oben. Also, ich lieb's. Ich lieb's wirklich, ähm, es gibt so viele gute Bands. Weil ich bin halt auch generell so Fan von diesen ganzen technischen Sachen. Weil es halt erstens sehr viel Variationen hat. Und vor allem live ist es krass, halt einfach zu sehen, ne? Es ist halt einfach krass, das einfach live zu sehen. Ähm, sei es jetzt Cytotoxin zum Beispiel. Die sind live auch extremst krass, ne? Und dann stehst du so vor der Bühne, guckst da einfach so hin, wie die das alles so ganz locker spielen. Und ich denk mir nur so, alter, wie krank ist das bitte, ne? Ich find das mega, mega geil. Ähm, welche Band ich auch wirklich wärmstens empfehlen kann, wenn ihr Tech-Dev mögt, ist auf jeden Fall Braindrill. Die müsste man auf jeden Fall sich mal anhören. Die gibt's halt leider auch nicht mehr. Ähm, ich glaub das letzte... Ne, doch, die gibt es doch, glaub ich, wieder. Ich glaub 2018 kam ihr letztes Album raus. Obscurity, irgendwas, glaub ich. Ähm, aber die sind halt nicht wirklich sehr aktiv. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr nice. Und, ähm, ja. Aber ich hab gesehen, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein altes Reel war oder was das ist. Aber scheinbar wird irgendwas für Necrophagist aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ähm, sollte man auf jeden Fall hoffen. Weil das ist halt auch wirklich eine legendäre Band. Und, ähm, ich hoffe halt wirklich, dass die halt wiederkommen, ne? Ich hoffe halt wirklich. Sighted Thompson waren die, die das Mikro gefordert haben. Ah ja, genau, genau. Der Grimo macht das sehr gerne. Und, ähm, klingt auch natürlich extremst fett, ne? Auch in Aachen. Er sagt vorher, das kennt ihr bestimmt von eurer Mama. Und dann packt er... Ja, Sighted Thompson hab ich auch. Ein, ja, ich hab die einmal, also einmal live gesehen. Und das zweite Mal hab ich mit denen zusammen, also wir haben zusammengespielt. Also ich, ich hab, also wir haben mit meiner Band, die damals supported in Aachen. Da, äh, genau, da waren die Headliner. Das war irgendwie so ein Weekender, den die gespielt haben. Und, äh, wir waren dann halt local support. Und es war halt schon wirklich sehr, sehr, sehr nice. Aber, ähm, ich war tatsächlich von, von uns ein bisschen enttäuscht. Also wir waren nicht so geil wie, äh, paar Shows vorher. Ja, ja, ne, aber wirklich Tech-Dev, sehr, 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 sehr nice, sehr, nice Genre. Boah, aber Industrial-Dev-Metal, ne? Ich bin da eigentlich komplett raus. Also ich bin gar kein Fan vom, vom Industrial, muss ich sagen. Ähm, ich kenn auch tatsächlich nicht so viele Industrial-Bands. Ähm, ich würd sagen, ich, also hör ich nicht. Ja, dazu, dazu muss ich jetzt einfach nichts Großartiges sagen. Muss ich jetzt tatsächlich nichts Großartiges dazu sagen. Aber, aber dazu, das kommt auf jeden Fall zu meinen Favorites. Und zwar Second Wave Black Metal. Also wirklich dieses True Norwegian Black Metal zum Beispiel, ne? Also Dark Throne. Ich bin ein richtig großer Mayhem-Fan, ne? Ähm, ja, es ist, es ist einfach, es ist einfach geil. Ich mein, klar, die Sounds, also hier das Mixen-Mastering ist ja meistens sehr, ähm, ein schwieriges Thema, sag ich mal so, äh, schön formuliert. Aber ich find, das macht's halt irgendwie aus. Und es ist einfach geil. Also wirklich Mayhem höre ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Und, äh, ja, es ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Ähm, aber ich mag's. Also ich, ich mein, ihr wisst ja sowieso, ich bin ein großer Black Metal-Fan. Und, ähm, wenn ich die Second Wave Black Metal nicht mögen würde, dann müsste auf jeden Fall was falsch bei mir sein. Ähm, aber ich, ich mag's. Also ich mag's auf jeden Fall. Und kann halt wirklich wärmstens Mayhem und Dark Throne, ähm, empfehlen, wenn ihr euch mal diese Second Wave anhören möchtet. Ähm, im AZ, im, äh, äh, genau, das waren, das waren beides Male im AZ. Also beim Knüppel hab ich sie das erste Mal live gesehen. Und dann haben die nochmal, äh, das andere Konzert. Das war halt dann nix irgendwie, also kein kleines Festival oder so. Das war dann eine ganz normale Show und dann haben wir da halt Support gemacht. Komm ich gar nicht mit klar, Black Metal absolut nicht meins. Ja, das, das ist halt auch irgendwie so eine Sache. Man, man muss es halt einfach wirklich lieben. Ähm, Dark Throne Mayhem und so weiter kannst du mich mit dir erhangen. Ja, also wirklich, das ist halt gewöhnungsbedürftig, weil wirklich, also, ne, es viel macht, also der Sound macht halt viel aus, muss ich sagen. Ähm, ja. Ja, und, äh, ja, manche Songs find ich halt auch echt nicht gut, so, muss ich sagen. Aber so der Großteil, ja, so die Death Crush von Mayhem ist auf jeden Fall, ähm, für mich einfach so gut. Also ich hör's wirklich sehr, sehr gerne. Und, ähm, ja, oder so Dark Throne, ne, so, äh, Under a Funeral Moon. Geiles Album, auf jeden Fall. Ich kenn mich kaum in den Genres aus, merk ich gerade. Ja, das kommt, die kommen noch, die kommen noch, die du kennst, Jesse, alles. Bin aber ja auch der Party-Gore-Grind-Fan. Black Metal ist mir einfach viel zu seriös. Äh, ja, ja, ich, ja, ich verstehe, also ich, ja, auch, also ich bin ja auch nicht so Fan von diesem ganzen Elitist-Gelaber, ähm, was halt leider vor allem so in diesem Black-Metal-Bereich großes Thema ist. Aber, ähm, ja, Party-Gore-Grind kommt auch drauf an, welche Band. Aber da, dazu ja später, das kommt ja auch, glaub ich, hier irgendwo gleich. Ja, hier, Gore-Grind. Da können wir auf jeden Fall noch darüber sprechen. Wenn ich Tech-Deaf-Metal höre, dann diese Band, die gerade läuft. Ja, Ark Spire, sowieso geil. Sowieso sehr geil. Äh, auch schon live gesehen und einfach tight as fuck, muss man einfach sagen. Die sind einfach mega gut. Die sind einfach sehr, sehr krass. Das Einzige, was Black-Metal-lastig bei mir in den Playlisten ist, ist der Weg einer Freiheit. Geile Band. Deswegen, ähm, hier auch direkt so. Die machen ja auch so Richtung Post-Black-Metal. Ähm, mag ich auch wirklich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Aber, auf jeden Fall, wenn man sowas mag wie Der Weg einer Freiheit, kann ich euch, äh, unter anderem Elende empfehlen. Das ist halt auch so eine, so eine Band, die halt so ähnlich sind wie Der Weg einer Freiheit. Und, boah, ist auch einfach so eine gute Band. Ja, also deswegen, ne, Der Weg einer Freiheit finde ich auch wirklich mega, mega gut. Aber ich wollte noch kurz sagen, genau, stimmt. Stimmt, zu Second Wave Black-Metal. Also im Generellen so Black-Metal. Ähm, ich habe auch ein paar Anläufe gebraucht, um, ähm, oh Gott, dieses Lied jetzt, was gerade kommt, ne? Ich kann mich jetzt gerade nicht konzentrieren. Nein, aber auf jeden Fall, ich brauchte auch ein paar Anläufe, um halt mit Black-Metal irgendwie klar zu kommen. Das Erste, was ich von, äh, Black-Metal gehört habe, war tatsächlich Transylvanian Hunger von, von Dark Throne. Und ich muss halt wirklich sagen, vor allem der Sound hat mir anfangs wirklich sehr, äh, das hat mir wirklich schwer getan, den zu feiern. Und, wie gesagt, ich habe es gehört, habe es dann irgendwann ausgemacht, dachte so, ne, finde ich nicht gut. Irgendwann habe ich es einfach nochmal probiert, war so, ah, ist okay. Und mittlerweile bin ich halt happy, dass ich Black-Metal höre, so muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, Endstille auch mega gut, auf jeden Fall. Endstille auch wirklich eine sehr, sehr starke Band. Auch das neue Album, was die rausgebracht haben, ist, äh, wirklich eine richtig, ein richtig, richtig großer Banger. Auf jeden Fall. So, genau. Dann gehen wir jetzt mal von Black-Metal in Death-Metal über, und zwar Melodic Death-Metal. Ähm, das würde ich tatsächlich sagen, höre ich ab und zu. Ich habe früher mehr, äh, Melodic Death-Metal gehört, so in Richtung Inflames und, äh, auch sowas wie Sonic Syndicate. Ich finde halt an Melodic Death-Metal einfach so nice, dass es halt wirklich, ja, wie der Name halt schon sagt, melodisch ist, ne, finde ich halt wirklich sehr, sehr cool. Und, dass es halt nicht so ein stumpfer Death-Metal ist, ne, wie halt jetzt zum Beispiel Brutal Death, ähm, und da manchmal auch Clean Vocals drin sind, die halt auch vor allem echt gut sind. Also, zum Beispiel hier von, äh, Sonic Syndicate fand ich die immer mega gut. Und sonst, ähm, ja, At The Gates halt auch eine richtig geile Band, ne, so richtig so schön dieser skandinavische, schwedische Death, Melodic Death. Und, ähm, ja, also, wirklich, höre ich ab und zu. Damals mehr gehört, äh, mittlerweile nicht mehr so viel. Tatsächlich. Ähm, ja, aber Doom-Metal, oder, das ist tatsächlich das, wo, wo ich mich schwer tue. So wie ihr es mit Black Metal habt. Ähm, ich habe auch tatsächlich nicht so viel Berührungspunkte mit Doom-Metal gehabt. Also, ich würde sagen, ich höre es nicht. Ich meine, klar, ne, so ein paar Sachen von Black Sabbath und so, ne, habe ich halt schon ein paar Mal gehört. Ich war auch mal auf einer Doom-Show. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, ich komme da nicht so richtig, richtig rein. Ich komme nicht rein, äh, in Doom-Metal. Deswegen würde ich sagen, ich höre es nicht. Ähm, vielleicht habt ihr ja noch gute Bands, wo ihr denkt, so, boah, die könnten mir gut gefallen. Weil, ja, bei Doom-Metal bin ich halt echt nicht heimisch. Ich bin da echt nicht heimisch und, ähm, kann da echt nicht viel zu sagen. Jo, Matze, was geht denn? Was ist denn hier los? Ja, wir checken einfach aus, was für verschiedene Subgenres des Metals es gibt. Und quatschen ein bisschen, wie wir, wie wir die Musik finden. Und, äh, ja. Das ist der Plan hier heute. Und was geht bei dir? Oh, Groove-Metal, ne? Groove-Metal. Oh, wo, wo, wo würde ich das einreihen? Ich würde, glaube ich, sagen, ist ganz okay. Also, ne, es wird ja gesagt, zum Beispiel Volbeat machen ja Elvis-Metal. Aber über, also, auf vielen Seiten steht ja auch immer, dass sie Groove-Metal machen. Und, ähm, ich mag, also, ich bin halt Fan von Grooves, ne? So, vor allem, so, auch so im Pop-Bereich, ne? Also, einfach so schön zum Updancen, äh, bringt auch öfters gute Laune. Und, ähm, also, ich mag's. Es ist halt auch wirklich manchmal so ein Brecher. Und, Matze, vielen lieben Dank für deinen Re-Sub im 14. Monat. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke, danke. Und, Chad, lass mal bitte alle viel Liebe für Matze da. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Schön, dass du am Start bleibst. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Moment, da war, da hab ich noch was überlesen. Gleich ein bisschen Battlefield rein. Okay, let's go. Abfahrt. Let's go. Ähm, ja, also, Groove-Metal, wie gesagt, ne? Ich mag's halt, weil, wenn es halt wirklich so schön, also, so ein bisschen Musik zum Tanzen ist. Und, ähm, also, ich find's, wie gesagt, dann ganz okay. Kenn ich halt auch nicht allzu viele Bands. Äh, aber wenn ich halt, also, ich denk da halt jetzt eher immer so an Wallbeat. Und Wallbeat find ich eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Kann man sich ab und zu gerne mal anhören. Ähm, deswegen würd ich sagen, Groove-Metal ist bei mir so im, ist ganz okay-Bereich. All right. Oh, Alternative Metal. Alternative Metal. Würde ich sagen, hör ich ab und zu. Hör ich ab und zu. Da fand ich halt auch wirklich viele Bands richtig nice. Ich, ich weiß, ich werd jetzt wahrscheinlich so ein bisschen gehatet. Aber ich hab vor allem damals ein bisschen mehr Five-Finger-Death-Punch gehört. Äh, aber das war auch tatsächlich so eher die Sache, dass ich da gar nicht auf die Texte geachtet hab, ne. Mir war dieses ganze Patriotismus-Thema bei denen wirklich mega egal. Ähm, ich fand die Musik einfach gut. Ich muss einfach sagen, wirklich, man kann von der Band halten, was man möchte, aber unter anderem Ivan Moody, also der Sänger, hat wirklich eine sehr, sehr gute Stimme. Also er kann wirklich mega gut singen und ich find auch manche Songs hat auch wirklich sehr gut. Vor allem die Balladen, ne. Also so, ähm, Far From Home fand ich mega gut. Ähm, wie hießen die anderen Songs nochmal? Ja, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, aber es gab wirklich echt viele gute Songs von denen. Mittlerweile hör ich die halt auch echt gar nicht mehr. Ähm, aber die hab ich wirklich sehr, sehr gerne gehört die ganze Zeit. Sehr, sehr gerne. Aber sonst so ein paar Alternative-Metal-Bands, also sowas wie Soil, ne, Drowning Pool, find ich eigentlich auch manchmal immer noch ganz geil. Weil vor allem, wenn man irgendwie feiert und dann läuft, ähm, irgendwie Bodies von, von, äh, Drowning Pool, ist halt einfach immer ganz nice, ne. Also wirklich, wie gesagt, hör ich gerne ab und zu, aber, äh, hab früher mehr Alternative gehört. Würdest du sagen, Dog-Eat-Dog gehört dazu? Kann die nie einordnen? Oder eher so Crossover? Boah, ja, Dog-Eat-Dog hab ich halt auch nie so richtig viel gehört, muss ich sagen. Also, die waren, ich hab die paar Mal halt verpasst, sag ich mal. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Ich würd wahrscheinlich eher so in Richtung Crossover gehen, aber würd mich da jetzt auch nicht so festlegen. Jo, Gude, Flo, was siehst du, was geht ab? Wie laufen die Runden? Alright. Naja, aber wirklich Alternative Metal haben auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Bands. Ähm, genauso wie Melodic Metal Chor. Finde ich sehr nice. Ich würd sagen, hör ich sehr gerne. Ich würd halt auch so ein bisschen so bei Melodic Metal Chor halt auch so ein bisschen so diesen Oldschool Metal Chor reinbringen. Wie halt solche Bands wie S.I.L.A. Dying oder, ähm, oder, oder, wie hießen die nochmal? I Killed the Prom, ne, I Killed the Prom Queen, würd ich jetzt nicht sagen. Aber halt so in Richtung S.I.L.A. Dying halt wirklich sehr schöne melodische Riffs und so weiter. Oder jetzt halt zum Beispiel die, äh, Killed the Lights, ne? Die man ja auch wirklich sehr melodische Riffs, ähm, aber mag ich wirklich sehr gerne. Mag ich wirklich sehr gerne. Vor allem halt einfach so diese schönen, wie ich es jetzt einfach schon zum dritten Mal sage, aber einfach diese melodischen Riffs. Ich mag es an Metal Chor. Das ist genau das, was ich halt einfach im Metal Chor hören möchte. Mit sehr guten Clean Vocals. Und, ähm, ja. Einfach, einfach gut. Einfach gut. Beschissene Scheiße. Nail Wound. Ja, wie gesagt, also Doggy Dog, die sind irgendwie immer so an mir vorbeigelaufen. Ich kann da echt nicht viel zu sagen zu der Band. Ähm, ja. Aber Progressive Metal Chor. Oh, das, das, das ist auch manchmal schwierig, weil manche Bands machen halt Progressive Metal Chor, aber betiteln das irgendwie als Gent. Oder als Progressive Death Chor. Also das ist manchmal wirklich schwer, aber ich würde sagen, höre ich, höre ich schon sehr gerne. Also wenn ich so an Progressive Metal Chor denke, würde ich, also denke ich halt direkt irgendwie so an so Bands, wie, ähm, wie Reflections, äh, Vale of Maya. Vale of Maya finde ich immer noch geil. Also Outrun zum Beispiel ist ein richtig guter Song. Ähm, aber hat auch so eher so kleinere Bands, wie zum Beispiel Collision. Also mit Kuh, aber. Die habe ich auch mal irgendwie über Bandcamp kennengelernt. Oder Chasing the Rise. Ist halt auch eine Band, ich bin mir sogar nicht sicher, aber ich meine, die wären aus Litauen. und die machen halt auch so Progressive Metal Chor und das klingt halt wirklich sehr gut. Ich bin halt nicht so der absolut größte Fan von Progressive Mucke, weil manchmal macht das mein Kopf nicht mit, weil es mir viel zu komplex ist. Aber, aber wenn es halt mit Metal Chor, äh, Gedingens ist, ne, kombiniert, plus sogar vielleicht so ein bisschen mit Melodic Metal Chor drin, dann ist das wirklich ein richtiger Banger. Dann ist es wirklich mega, mega gut. Ähm, aber wirklich halt Chasing the Rise kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, hört euch auf jeden Fall den Song Disengage an. So wie der Song von Suicide Silence. Mega, mega guter Song. Grüß dich Nordi, was geht. Das letzte Abend war auch ein Banger. Von Vale of Maya, ja, absolut. Absolut, aber ich höre wirklich am liebsten Outrun und am witzigsten ist halt einfach so in Richtung Ende des Songs, wo dann einfach so dieses Riff kommt, was einfach fast wie The Trooper von Maiden klingt, ne. Finde ich, finde ich halt wirklich sehr witzig. Aber, aber trotzdem mega guter Song. All right. Aber guck mal, wenn wir schon bei Metal Chor sind, dann nehme ich das halt einfach auch mal mit. Würde ich auch sagen, zu höre ich sehr gerne. Ich würde auch einfach sagen, dass man das hier so dazwischen tun kann, weil das halt irgendwie alles so kombiniert ist, weil manche Bands machen halt irgendwie auch mal ein paar Songs, eher mehr Melodic, dann halt eher so diesen Standard Oldschool Metal Chor. und ich höre es halt wirklich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, so Bands, die ich halt einfach sehr gerne höre aus dem Metal Chor-Bereich sind halt vor allem Bullet For My Valentine damals, also die damaligen Platten, also vor allem bis zur Fever bin ich halt großer Fan von denen. S.I.L.A. Dying mag ich sehr. Dann aber natürlich halt auch so diese ganzen Oldschool-Bands wie I Killed The Prom Queen oder, warte, welche Band habe ich jetzt letztens noch mal gehört? Ich habe letztens noch mal eine Band gehört. Ja, Burning Skies zum Beispiel. Finde ich halt auch wirklich mega, mega gut. Alten Caliban auch gut. Alten Calichon, ne? Das ist halt alles wirklich sehr, sehr, sehr... Also so ein bisschen auch so in Richtung Myspace, würde ich sagen. Also ein bisschen Myspace Metal Chor, wenn man das sagen kann. Mag ich wirklich gern. Mag ich wirklich sehr gerne. Ähm, was sagst du zu, zu Gold Horror? Die Snare ist immer so... Oh, die, die höre ich auch tatsächlich zu wenig. Ich, also ich kenne die Band. Ich habe auch ein paar Sachen von denen schon gehört. Ähm, aber es ist tatsächlich so eine Band, die bei mir irgendwie auch schnell in Vergessenheit geraten ist. Aber ich fand die an sich eigentlich immer ganz nice. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Aber jetzt Symphonic Death Metal. Oh, Symphonic Death Metal. Boah, ich... Es ist halt auch irgendwie so... Ich höre nicht so viel zu diesen klassischen Death. Ich würde sagen... Höre ich ab und zu. Wobei ich aber auch jetzt tatsächlich so sagen muss, dass mir jetzt gerade auch keine Band einfällt, die Symphonic Death spielt. Ja gut, vielleicht so ein bisschen in Richtung Flash God Apocalypse. Die höre ich wirklich tatsächlich dann sehr gerne. Aber das ist halt auch tatsächlich eine der wenigen Bands, die mir jetzt halt auch einfach so auf die Schnelle einfallen. Ähm, also Symphonic Death Metal ist eigentlich wirklich ganz cool. Und wie gesagt, höre ich ab und zu. Und, ähm, ja. Genau, aber was ich sehr gerne höre, ist natürlich Modern Death Chor. Oh, das wisst ihr. Das wisst ihr. Ähm. Aber da muss man halt nochmal so... Ich hab jetzt noch nicht hier alle Genre geguckt, ne. Ist hier jetzt irgendwas zum Beispiel mit Black Death Chor oder Symphonic Death Chor? Steht da was von dem? Ich glaub nicht, ne. Ne. Oh, ich steh noch nicht mal. Normaler Death Chor, glaub ich, oder? Oder bin ich blind? Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass da jetzt nix drin ist. Ich würd einfach dann sagen, so Modern Death Chor... Würde ich, ja gut, ich sag jetzt einfach mal so, den, also Modern Death Chor würde ich jetzt einfach die Schiene nehmen, wie wir oft dieses Thema hatten, dieses eher Downtempomäßige und Symphonic Death Chor. Wobei ich dann tatsächlich sagen würde, wenn es nur Symphonic Death Chor wäre, wäre das hier oben, absolut. Aber so ein bisschen durch dieses, durch dieses sehr Downtempomäßige rutscht das halt so ein bisschen nach, höre ich sehr gerne. Weil ich muss halt sagen, ne, ich liebe halt so Bands, die halt wirklich Black Metal, Symphonic, äh, mit Death Chor mischen. Sei es Lorna Shore, Worm Shepard, She Must Burn oder, ähm, auch, ähm, Carnifex. Ne, Carnifex macht ja auch jetzt im Moment so ein Black and Death Chor. Ne, höre ich sehr gerne, ne, ich höre auch gerne so diese Bands, die halt so wirklich einfach übertreiben, wo es halt einfach nur noch darum geht, die krassesten zu sein, beispielsweise Science of the Swarm, mag ich wirklich sehr gerne. Ich würde auch tatsächlich so Body Snatcher in die, in die Richtung, äh, mit einbeziehen. Aber es gibt halt auch wirklich viele Bands, wo ich mir denke, so, oh, das ist mir ein bisschen zu monoton. So ein bisschen zu monoton, auch irgendwie so ein bisschen zu langweilig, weil halt die ganze Zeit das Gleiche kommt, ne, so, beispielsweise die Jungs von Distant. Ich liebe die Jungs, ne, also wirklich Ellen, ich kenne den Jungen auch schon seit ein paar Jährchen und, äh, wir verstehen sie halt auch super gut. Aber ich kann mir halt nicht immer Distant anhören, weil mir das halt irgendwann einfach ein bisschen zu monoton wird. Ähm, aber sonst höre ich halt wirklich sehr gerne halt auch so ne, so ne Defcore-Schiene. Aber ihr wisst ja, ich bin ja eher so der Richtung Technical, ähm, Riffs oder halt Symphonic. Was zur Hölle ist denn Tech-Trash? Äh, Fresh? Ja, das ist, äh, ich, ich hab tatsächlich irgendeine Band sogar im Kopf gehabt, die das angeblich spielt. Ähm, hießen die nicht irgendwie sogar Kalenni Circle oder was? Ich weiß es nicht mehr. Aber, ja, es gibt, es gibt halt irgendwie auch sowas. Ja, aber manche, manche Sachen, dann denke ich mir sowieso, habe ich, habe ich irgendwie zum ersten Mal oder kann ich halt nichts zu sagen. Beispielsweise jetzt hier sehe ich gerade Epic Doom. Da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Aber dazu, zu Industrial Metal. Ähm, Industrial Metal, muss ich sagen, ist ganz okay. Ja, ist ganz okay. Ähm, weil ich finde, da gibt's halt so ein paar Bands, die sind halt ganz gut. Dann gibt's ein paar Bands, die sind halt eben nicht so gut. Ähm, gut, das kann man ja hier so ein bisschen kombinieren. Industrial und neue deutsche Härte. Aber beispielsweise, ähm, ja, wir wissen alle, schwieriges Thema. Ich bin auch, also ich bin kein Fan und ich unterstütze sie auch nicht. Aber halt jetzt zum Beispiel Rammstein, ne? Ich finde, Rammstein hatte damals halt wirklich gute Songs. Engel, Asche zu Asche, ähm, das sind ja gute Songs, muss man sagen. Und wenn ich halt dann wirklich an so diese Zeit Industrial denke, so a la Rammstein, zählen Static X auch zu Industrial, würdet ihr das sagen? Ich würde nämlich sagen, das ist so ein, so ein, so ein, so zwischen Alternative Metal und Industrial. Solche Static X finde ich halt auch wirklich ganz cool. Ähm, aber wenn es irgendwie zu sehr so in dieses Maschinelle geht, wo das halt wirklich, wo du halt wirklich denkst, du stehst halt irgendwo in einer Fabrik, wo halt die ganze Zeit irgendwelche Maschinen ackern und so. Da bin ich tatsächlich schon wirklich komplett raus. Da bin ich wirklich dann schon echt komplett raus. Das alte von Rammstein ist doch Liebe schlechthin. Ja, wie gesagt, ne, die alten Songs, die sind ja auch wirklich gut, ne? So, aber mittlerweile so die ganzen Sachen, es ist halt mittlerweile einfach komplett, es ist einfach komplett ähnlich, was die halt schon früher gemacht haben. Ja, und ich glaube, es hat einfach nochmal einen Einfluss darauf, was halt jetzt einfach mit der Band vorgefallen ist, ne? Oder eher mit dem, mit dem Sänger, ne? Ähm, dass man da dann halt irgendwie auch nochmal einen anderen Blick auf, auf die, auf die Musik der Band hat als, ja. The Goat. Ich hoffe ich. Nein, Spaß. Ähm, Mutter, bestes Album. Oh, da, da kann ich nicht mitreden, da kann ich nicht mitreden. Und ich habe tatsächlich immer so, einfach nur immer so verschiedene, verschiedene Songs gehört. Also nie wirklich die ganzen Alben. Einmal Fabrikshorn zum Einschlafen, jetzt brauchst du. Ja, genau, da sehe ich mich. Ich glaube, das mache ich eher als Wecker an. Das heißt, was die Medien wieder draus gemacht haben. Ja gut, das da, jeder hat zu seinem eigenen Meinung. Ich will da jetzt auch kein großes Fass aufmachen und da irgendwie Diskussionen machen, ne? Weil es geht ja eigentlich hier nur immer noch einfach um die ganzen Genre. Ähm, man kommt ja eh nicht auf den gleichen Nenner. Also vielleicht ja, vielleicht ja nein. Ähm, natürlich hat jeder und darf jeder seine Meinung haben. Ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, werde jetzt nicht darauf eingehen, weil ich, wie gesagt, ich habe Bock, das hier zu machen, mit euch einfach über Mucke zu sprechen und jetzt nicht über, ähm, über politische Sachen, ne? Ähm, und dann kommt was natürlich? War Metal. Ähm, War Metal, Raw Black Metal. Also es ist halt auch so, War Metal ist irgendwie auch, finde ich irgendwie so ein ausgedachter. Ich finde, das ist irgendwie wieder so ein ausgedachter Begriff. Also wenn ich, weil ich finde, wenn ich an, also gut, wenn es jetzt nur War Metal ist, denke ich dann an so Bands wie Sabaton, 1914 oder Kanonenfieber. Aber, weißt du, Sabaton macht nie im Leben Raw Black Metal. So, also, keine Ahnung, es ist schwer zu, also es ist halt wirklich schwer zu sagen, was, was man dazu sagen soll. Ähm. Ähm, aber wenn ich jetzt mich nur darauf festlegen würde, dass es halt Black Metal Bands sind, die halt thematisch, ähm, ja, ist einfach Powermittel auf jeden Fall. Ne, aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich, dass wir uns nur darauf festlegen, dass es jetzt Black Metal Bands sind, die, äh, lyrisch die Themen, äh, Krieg und so, ähm, thematisieren. Ähm. Hoffentlich auch in einer, ähm, objektiven Sicht und nicht irgendwie diese ganze NS Black Metal Scheiße, ähm, weil da bin ich dann komplett raus. Also ich zähle das da jetzt tatsächlich dann wirklich so die Bands wie 1914, ähm, Kanonenfieber. Und da würde ich sagen, höre ich ab und zu. Weil Raw Black Metal ist halt wirklich auch dann schwer, also ich finde, das ist irgendwie blöd gemacht mit dem. Da finde ich das tatsächlich wirklich blöd, weil, weil Raw Metal muss halt nicht unbedingt halt Black Metal sein und andersrum, ne. So deswegen, ich würde einfach sagen, äh, äh, wie gesagt, wir, wir sagen einfach, das ist jetzt 1914, Kanonenfieber und so weiter. Und da würde ich halt wirklich sagen, höre ich ab und zu. Also 1914, auch wirklich gute Band, auch schon live gesehen, ähm, kann ich, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Die thematisieren halt den Ersten Weltkrieg. Ähm, ich bin, gut, ich hatte halt auch Geschichts-Elka damals, äh, im Abi und war generell tatsächlich eher, ähm, interessiert an der Geschichte des Ersten Weltkriegs als des Zweiten. Aber, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Wozu stimmst du nicht zu, dass 1914 gut sind, oder was? Raw Black Metal verdunkeln? Oh, kenn ich nicht. Muss ich mir dann auf jeden Fall mal anhören. Kanonenfieber ist mir zu verherrlichend. Nein, 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 Kanonenfieber ist keine NS-Band, auf gar keinen Fall. Die, die, die sind kein, die sind keine NS-Band. Ziehen halt die Nazis an, wie fliegen. Echt, okay. Ja, also, ich hab halt, äh, einfach vieles halt mitbekommen und die, 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 die haben, ja auch eher doch, thematisch ist das doch auch eher so der, der, der Dingens, ne, der, äh, Erste Weltkrieg, ne, die haben ja auch immer die Pickelhaube und so an, ne, oder, oder ich bin da jetzt komplett raus und erzähl komplett einen Quatsch, ne, dann sollt ihr mich natürlich dann, äh, korrigieren, ne, aber ich hätte jetzt, äh, also, ich hab jetzt immer mitbekommen, dass es halt keine NS-Band ist. Und das hoffe ich jetzt, weil, falls sie das wirklich sind, dann abschaum, dann wirklich abschaum. Aber, ähm, ja, aber auf jeden Fall trotzdem, ne, hört euch lieber 1940 an. Die sprechen sich dagegen aus, ja, okay. Aber kommen auch immer drauf an, wie, ne, aber ich, ich glaub das halt einfach. Texte sind echt schwierig. Ja, okay, dann, ja, dann muss ich mich da mal ein bisschen reinlesen. Dann muss ich mich da reinlesen, wie die Texte so sind. Ähm, aber auf jeden Fall ganz, ganz interessant zu wissen. Raw Black Metal ist übelster Garagensound. Ja, ja, ich, da hab ich auch schon so ein paar Bands gehört, dann würde ich die wahrscheinlich auch so in diese Richtung reinschieben. Ähm, und da würde ich dann tatsächlich sagen, das find ich ganz schrecklich. Tatsächlich, ähm, aber welche, welches Genre ich auf jeden Fall find ich schrecklich mache, ist, äh, Neue Deutsche Härte. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich, ähm, muss auch einfach sagen, ich bin kein Fan deutscher Texte. Ich, ich mag's halt wirklich, wenn es eher englisch ist. Aber ich, also Neue Deutsche Härte ist wirklich gar nicht meins. Und so diese ganzen Bands wie, äh, Eisbrecher und, äh, Oomp, ne, die gehören doch auch dazu. Da bin ich echt gar kein Fan von. Ich bin wirklich da gar kein Fan von. Ähm, also find ich wirklich schrecklich, muss ich sagen. Aber Grindcore. Grindcore höre ich sehr, sehr gerne. Also Grindcore haben wirklich so viele gute Bands. Sowohl neue als auch alte, ähm, sei es Napalm-Dev, ne, mag ich sehr, sehr gerne. Brujeria oder Brujeria, ich kann es, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Ähm, aber halt auch so neue Bands wie Tiefgrinder, ne, aus Holland oder aus den Niederlanden. Ähm, find ich richtig, richtig gut. Also Tiefgrinder find ich richtig krass. Die kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen. Ähm, also Grindcore höre ich wirklich sehr gerne. Das ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein Ding, so mit Grindcore. Weil manche Bands, man hat auch so ein bisschen eher so Crust-Punk. Bisschen Gemisch mit Grindcore. Vielleicht auch so ein bisschen Black Metal, so wie Dödsritt. Das ist zum Beispiel richtig geil. Ähm, aber wenn wir jetzt wirklich nur bei diesem Standard-Grindcore bleiben, dann, äh, höre ich halt wirklich sehr gerne. Höre ich wirklich sehr, sehr gerne. Habe ich früher echt viel gehört. Äh, Neue Deutsche Herd oder Grindcore jetzt? Jo, grüß dich Perxi, was geht? Was geht, was geht? So, aber... Neue Deutsche Herd, okay, I see, okay. Ähm, Chat, ich geh mal ganz kurz Babymann, ja? Bis gleich. Das sind die von eben. Ja, ja, ich hab ihn down. Wahrscheinlich ein Self, ja. Oh, nein. Der ist oben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie ist denn? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Äh, mein Gott. Oh, mein Gott. So, da bin ich wieder. Grindcore musste ich auch erst reinwachsen. Ja, bei mir war das irgendwie so tatsächlich, dass der MySpace-Devcore mich so ein bisschen da reingeschoben hat, weil ich habe in der Zeit, wo ich halt viel so diese Oldschool-Devcore-Bands gehört habe, habe ich halt viel von diesen ganzen Compilations geguckt, von wegen Best-Pig-Squills-Compilation oder so. Und dann kamen natürlich auch viele Grindcore-Bands wie I've Been Shot und so, ne? Und dadurch bin ich halt irgendwie so da reingekommen und habe dann erst im Nachhinein, also erst später dann tatsächlich so diese größeren Bands wie Napalm, Dev, Nasum und so halt dann kennengelernt. Und mittlerweile höre ich es halt wirklich sehr, sehr gerne. Jetzt letztens auch auf einer Show in Aachen gewesen von einer französischen Band namens Horse Nation. Kinski war eine Vorgruppe und das hat einfach wirklich gescheppert, ne? Also fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Let's go, Perxi. Schön, sehr schön. Ja, okay, also das mit dem Thema ist jetzt gerade wirklich, also das, was du jetzt gerade reingeschrieben hast, Underground, das finde ich dann wirklich echt heftig. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich meine, ja, ne, das geht halt irgendwie so thematisch, dass es halt auch irgendwie so vielleicht aus der Sicht der deutschen Soldaten ist, aber ja, es hat irgendwie schon einen faden Beigeschmack, muss ich sagen. Also, aber ich würde sagen, wir machen einfach trotzdem mal weiter und zwar Industrial Black Metal. Das ist tatsächlich eine Band, also das ist tatsächlich ein Subgenre. Da kenne ich eine Band und das sind eine Anal Nafrak. Und da würde ich sagen, höre ich ab und zu, weil die höre ich wirklich ab und zu, ähm, Anal Nafrak, wirklich eine richtig krasse Band. Also, kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen, ne, so schön, äh, Mischung aus Black Metal, Industrial, ab und zu, auch so ein bisschen Grind, ne, ähm, Forging Towards the Sunset, ähm, das Album, Hell is Empty and All the Devils Are Here und so, das sind alles so gute Sachen. Also wirklich, Anal Nafrak, so eine krass geile Band und muss ich auch noch live sehen, ja. Ich hab, die haben zweimal in unserer Nähe, gespielt und ich habe sie zweimal verpasst, weil ich immer was dazwischen hatte. Ich hab es immer verpasst. Also, es ist wirklich Big Pain und ich hoffe, dass ich die halt auch irgendwann demnächst live sehen kann, weil Anal Nafrak wirklich echt eine sehr, sehr geile Band ist. Avant-Garde Grindcore. Das gibt's. Ich kann doch nicht mal so richtig sagen, was Avant-Garde Grindcore sein soll. Was ist das? Keine Ahnung, ob es das gibt. Ich würde aber einfach sagen, höre ich nicht, weil ich es nicht kenne. Ich kann, also ich kann mir wirklich nichts darunter vorstellen, was das für Bands sein könnten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.